so hallo zuschauer schön dass ihr eingeschaltet habt und ich hab mal jetzt die lese von dem was ich aufgenommen hab alles auf den neuen gebrauchten jetzt gleich auf die lese auf meinen alten im der rekorde man funktioniert das noch hier das hat den alten md rekorde immer noch diese lese probleme ach ja ich weiß ob ich ja schlimmer gemacht hab hier mit dem alkohol oder nicht das habe ich jetzt gerade aufgenommen auf den anderen md rekorde das ist ja 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 jetzt geh ich versteck mal hier rein jetzt sag ich mal hier ist mir lang gesteckt hab ich Kissen aufgenommen da drauf funktioniert ja sehr gut ohne probleme anstatt hier bei dem finde ich manchmal komisch bei dem alten bei dem alten das sieht fast das gleiche aus von dem einstoss her und von der form nur der hat kleines display und der hat bisschen größere den größere finde ich viel besser aber kann auch nichts machen schön dass ihr eingeschaltet habt und tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.